Als ich am Best Age Hotel eintraf, war mein erster Eindruck sehr gut. Alles war farbenfroh und neu. Die Möbel und die Lobby sind sehr schön und modern. Die Angestellten sind sehr nett und freundlich. Besonders die Rezeption ist sehr hilfsbereit und der Service ist großartig und schnell. Die Zimmer sind sehr komfortabel. Es gibt Fernseher mit englischen, spanischen und natürlich deutschen Sendern. Ich mag das Poolareal. Man kann sich abkühlen und relaxen. Und es gibt überall diese Sonnenbetten, auf denen ich gerade sitze. Das Spa ist einfach wundervoll. Mit Whirlpools und mit verschiedenen Saunas, wie Dampfbäder oder finnische Saunas. Außerdem gibt es schöne private Ecken zum Entspannen. Das Essen ist absolut großartig. Es gibt viele verschiedene Speisen. Zum Beispiel China-Themenabend oder traditionellen kanarischen Abend. Es gibt auch Grillabende. Ich würde dieses Hotel allen empfehlen, die bei einer Wellnesswoche relaxen wollen und den ganzen Tag am Strand liegen wollen.